ja servus und hallo zusammen willkommen zurück hier mit arthur morgen bei red dead redemption 2 in colta ja auf der flucht hier in der eiseskälte im gebirge vor den gesetzes hütern mit dutch und seiner bande hier sitzt jose hier steht dutch ja wir lecken wohl die wunden der vergangenen wochen und monate die nicht so einfach waren und hat leute verloren man hat ein großes geplantes ding in blackwater in den sand gesetzt und hat jetzt wohl keine mittel und nichts mehr und ist so ziemlich am ende im sagebuch gelesen von unserem arthur dass er geschrieben hat und ja haben jetzt hier zwei mission spots die wir abarbeiten sollen das werden wir auch tun aber wie es immer so ist zuerst wird geschaut ob hier noch irgendwas lootbares ist in solchen spielen immer looten 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 was haben wir hier wunder tonikum stecken einfach mal ein haferplätzchen da freut sich unser pferd und wir wir können die auch essen da ist nix mehr okay hier ist auch nichts mehr können wir schlafen können wir nicht okay schlafen tun wir nicht ist schlafen ist überbewertet halt was ist hier noch schubladen durchsuchen angebrochene arznei ah ja ich kann keine gegenstand mehr tragen okay gut also man hat nur begrenztes inventar offenbar was haben wir hier alter schleifstein ja gut zumindest so mittelalterlich sind unsere waffen da nicht also die pistole wenn wir nicht schleifen müssen und die abgesägte schrott kann auch nicht alles klar bei dir das wird schon naja dass offenbar auch belesen und schreibt offenbar auch tagebuch naja ok haben wir noch was zu looten na gut oder auch nicht dann haben wir hier molly was macht ihr da schminkt ihr sich gerade oder was ja das braucht ihr hier auf jeden fall hier muss man gut aussehen das ist das wichtigste hier oben okay ja sie ist nicht sehr gesprächig na gut dann lassen wir das alles dann die herren gell ich gehe dann mal eine mission machen so lang blind erst mal hier dieser lichtwechsel ist ja übel da ist mein pferd also das geklaute eigentlich kehrt es wahrscheinlich der familie edler die wir gerettet haben der mann wurde ja umgebracht von den odriskels ja ja gutes pferd untersuchen was untersuchen wir denn hier tennessee walker marconi brauner mein hauptpferd ok ausdauer gesundheit und ja verbundenheit ist wahrscheinlich das letzte ne geschwindigkeit beschleunigung ja da ist noch ein bisschen luft da oben glaube ich brauche ein bisschen tuning ok schauen wir uns hier noch um moment hier war hier war doch genau dafür noch etliche frühspuren hier genau also hier ist wahrscheinlich der rest vom schützenfest die mrs adler ist das ne die ganzen namen hier ist das karen okay there can fine but i would kill for a whiskey yeah you ain't wrong keep warm all of you keep warm just a few more days and we'll get off this hill i hope so stay strong it's been a nasty few days i know and we've had tough times before we keep moving and Das ist so die Lageroma, oder? Die hier das Sagen hat, das Regiment führt. Die Susan. Reverence Monson, der liest dir für die Gruppe vor. Für die allgemeine Moral. Na dann, dann liest du mal schön weiter und hebe die Moral der Truppe. Ist das Javier, oder? Ja. Morgen, Arthur. Morgen, genau. So, der macht es richtig, der steht wenigstens am Feuer. Was ist das da drüben? Sieht nach dem Kessel aus. Gibt es was zu spachteln hier? Ja. Ein paar Hasen, mei, da ist ja nicht viel dran, ne? Was machen wir? Achso, wir verhungern hier wahrscheinlich. Ja. Ich will nicht hören, was du in der Niveau gekommen bist, Herr Pearson. Wir sind in der Niveau auf der Niveau, für 50 Tage. Und du schiefst, schiefst. Als wir weg von Blackwater entfernt haben, ich konnte nicht in die Pflege. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fettest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that wanna read, ain't no wonder they've found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go, Han. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Come on. This way. Come on. This way. Also gut, gehen wir jagen. Warum auch nicht? Gesalzt in die Innereien. Naja, in der Not. So ist der Teufel fliegen, heißt so schön. How are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Well, I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscom? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Whew. Been a wild few days all right. That ride north from Blackwater. Getting stuck in the storm. Bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it's sure weren't good. Okay, Charles weiß offenbar auch nichts über die Geschehnisse auf dem Boot. Scheint aber netter zu sein, der Charles. Und Herr Pearson ist der Lagerkoch früher bei der Marine. Das fühlt sich richtig authentisch an. hier. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Das ist total glaubhaft. Der Einzige, der sich bewegt, ist vor mir, aber auf dem will ich den Schirr sein. Das ist eine Spur. Hier. Ah. Gute Idee. Okay. Also den Bogen holen. Ja. Verlangwerfen. Okay. Ah ja. Schulter und Rücken. Es gibt wohl zwei Slots für Langwerfen. Okay. Also dann. Ich folge, ne? Charles. Du siehst die Tracks? Ich denke so. Vielleicht nicht. Fokus. Kannst du Adelauge benutzen? Ja. Werte folgen. Ah. Warte das ganze visualisiert. Naja. Er braucht mal ein bisschen Übung wahrscheinlich. Wie bei allem. Unbekanntes Tier. Naja. Die Schrittfolge ist auf jeden Fall, dass da sind Unterbrechungen dazwischen. Also das heißt, das Ziel ist vermutlich gesprungen. Also hat sich schneller fortbewegt. Ansonsten wären die Abstände nicht so groß. Okay. Nee. Aber wir hinterlassen doch bestimmt auch. Oder? Nee. Okay. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht auch irgendwie so zumindest einen Geruch hinterlassen. Kann ich den wahrnehmen? Ne. Bei Charles sehe ich jetzt nix. Okay. Na gut. Dann ist das wohl nur ein Spurensuch-Adlerauge. Da hinten ist einer. Da ist er. Shhh. Down there. You see him? Ja. Quick. Get that bow out Arthur. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. You can pull back quite hard. Okay. Try again. Shit. Ah. Unlucky. Take your time. Ja. Ich hätte gedacht, ich habe ihn erwischt. Das war ein Mist. Oder vielleicht muss ich da auch drüber halten. Kann ja auch sein. Okay. Es sind die Richter. Oh, das sind mehrere Spuren. Da oben kam jetzt auch eine. Da drüben ist eine. Oh, da ist auch. Ja, da hinten ist noch ein Wild. Ah gut. Wir schleichen uns hier mal weiter. Ja. Wow. Okay. Also ich muss nicht drüber halten. Gott. Was? Ich bin noch nicht obvious. Also wirklich. Da liegt das erste her. Irgendwo hier. Wie man selbst automatisch leiser wird bei sowas, ne? Immersion, natürlich. Yes. Ja, mehr wirst du nicht tragen können, ne? Ja, okay. Ich hole den mal. Okay. Also ich hole den mal da hinten, ne? Hm, ich krieg sogar den Pfeil wieder. Nice. So ein Vieh wiegt ja einiges, ne? Ein weiß Edelhirsch oder irgendwie sowas stand da. Meint F1 drücken? Was? Ein weiß Wedelhirsch. Ah, okay. Na schön. Unentdecktes Tier. Eins von... Du hast zwölf Seiten. Haha. Okay. Das... Uh. Kompendium. Eins von 178 Zieren. Okay. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Ausrüstung. Ja. Fische. 30. Sechs Banden. Okay. Gehts hier noch weiter? Pflanzen. Pferde. Waffen. Zigarettenbilder. Alles klar. Gut. Also ja. Ich glaub das... 1% der Story. Wow. Okay. Ich glaub da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Hätte ich mal behauptet. Boah, auch das Wasser ist gut gemacht hier, ne? Drücke H und dann... Ah, ja. Ja. Dein Pferd reagiert auf den Pfeifen, wenn es in der Nähe ist. Hau hier weitere Verbundenheit zu deinem Pferd auf, damit sich die Reichweite erhöht. Ja, ist wie bei Kingdom Come, ne? Damals mit dem guten Heinrich aus Galitz. Da war es ja genauso. Konnte man nur aus seinem Pferd pfeifen. So, nähere dich, ja. R, um den Hirsch zu verstauen. Ja. Oh, sorry Pferd, ne? Aber... Ja. Ja, sag mal los. Na gut, solange das hier machst, ist alles in Ordnung, ne? Nicht im Lager, da geht es ja gar nicht. Driftigen mit Charles. Charles ist da drüben. So, ja. Also wieder durchs Wasser, okay. Du kannst Tierkataber bei Pearson abgeben, um zu den Vorräten der Banne beizutragen. Ja, jetzt reiht halt zu, aber was ist los? Wir sind hier, um uns alle geübt für ein paar Tage zu halten. Du hast ihn gefunden. Ich wusste, dass du okay bist mit dem Böden. Es ist leichter, wenn sie nicht schütteln zurück. Haha, wir haben genug gesehen. Wir haben genug gesehen. Er hat sich, wie es war, nach ein paar Tagen zurückgezogen? Vielleicht ist unsere Glück endlich auf der Böden. Es scheint, dass wir uns in unsere Effekte setzen müssen. Wir sollten uns in unsere Effekte rausgehen, jetzt. Soon? Die Leute sind noch nicht schlafen. Ja, also wie vermutet, der Jose ist wohl auch wichtiger. Er hat eine Böden in seine Hand, seitdem wir in Blackwater fliehen. Wir geben den Camp Cook fünf Minuten, um zu holen und zu gehen. Und er hat nicht sogar eine Kremme von Essen. Es ist gut, dass wir mehr als eine. Entschuldigung. Entschuldigung. Es gibt viele Möden. Und die Mädchen von der Böden, jetzt auch. Aber... Ich bin nicht sicher, dass sie viel essen wird. Sie hat einen wilden Blick in ihren Augen. Sie würde auch. Sie hat sie verloren. Sie hat ihre Wanderung, ihre Haus, und alles, was sie hatte. Also, was wir machen mit ihr? Once wir rauskommen, und wir sind wieder auf uns, sehen wir. Sie hat eine Familie irgendwoher. Also, es war die O'Driskels, die du da bist? Ja. Das letzte Mal, was wir erwartet haben. Was ist mit den O'Driskels? Sie haben nicht mit ihnen? Ich glaube, wir haben nicht mehr mit ihnen in den letzten sechs Monaten. Ich glaube, weil sie hier sind. Ja. Ich habe viel zu sprechen über sie. Na, wir haben über sie gespielt. Wir haben über sie gespielt mit ihnen seit Jahren. Die O'Driskel, große Gange, schuldige Böder. Sie haben ihren Liedern, Komp, und die Dutzkel gehen weiter zurück. Und nicht in einer guten Art und Weise. Eine richtige Blöden-Gang. Ich habe so gehört. Oh, der ist so. Na ja, vor allem würde ich jetzt nicht mit dem Pfeil und Bogen gegen den Bär antreten. Lass mal schauen hier den Bär. Hat der es weg oder was? Ne, da hinten läuft er noch. Papa Bär. Da steht er. Ja, ne du, also mit Pfeil und Bogen sicher nicht. Was? Oh, das Pferd ist nervös, okay. Ah, Verbundenheit 2, nice. Wir haben immer noch so viel gesprochen, du und ich. Wie lange hast du mit uns mit uns jetzt? 5, 6 Monate? Something like that. Aber du hast nicht das gedacht. Was? Any of das. Blackwater mess. Being up here? Ah, sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just... I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? No. 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. You taught me to read. John, too. Got me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Also, wie eine Art Familie für den Arthur Morgan. How's that new horse? He's alright. He'll do for now. I appreciate you helping me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but... He loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the cow once. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Hey, die Vertonung. Super, echt. Also, ganz groß. Ich bin echt froh, dass sie das nicht übersetzt haben auf Deutsch. Na, da wird sich der Pearson aber freuen, wenn sie ein bisschen was zum Essen gibt. Okay. Come on, let's get these over to Pearson. Oh, yeah. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. It takes a lifetime of practice to master. Musst du mir jetzt auf die Füße scheißen oder was? Seid da vorne da. Unglaublich. Kein Anstand. Kein Anstand. Well, well, well. Just drop it down in here. What a surprise. To find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now, shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. You want to get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one you dumped on the floor there. Okay, äh, halte E gedrückt, ja. Das krieg ich hin. Ei, ei, ei. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgans first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Meisterige Herausforderung freigeschaltet. Zehn deinem Protokoll nach und weitere Informationen zu erhalten. Halt, Helf 1. Achso, Moment einmal. Das ist doch dieses. Genau. Der Edelweiß Hirsch war fast. Gesamtfortschritt 75%. Kann in dem Rezept Wildfleisch mit Oregano benutzt werden. Das klingt doch gar nicht schlecht. Gut, das kennen wir schon, ne? Ausrüstung, Tiere, Fische, ja. Pflanzen, bla bla. Naja. Herausforderung, hat er gesagt. Oder stand da gerade, ne? Was haben wir hier? Bandit? Entdecker, Glücksspieler. Mein Gott. Meisterjäger. Heute drei Hirsche. Dann, ah ja, dann ist diese erste Stufe erledigt. Dann wird die zweite freigeschaltet. Ah ja, okay, gut. Also, lauter. Ja, quasi so eine Art Achievements offenbar. Im Spiel. Okay. Hallo. Äh. Brav. Hey, boy. Okay. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Groß ist der Ort hier nicht, gell? Ne. Na gut, das war bloß so eine, so eine Bergbausiedlung, eine kleine. Sind bloß die paar Hütten hier. Da, da ist die ganze Gemeinde drin, ne? Hier. Oh. Man hört die Stimmen. Sehr gut. Die Stimmen. Das ist die Frau von ihm, oder? Die Abigail. Mit dem Sohn, mit dem Kind. Ja, ja. So was. Der Ankel, ne? Okay, dann haben wir hier, das ist die Marybeth. Tja, wo ist er? Strauss. Okay, Mr. Strauss? Ich denke so. Gut gemacht, dass Mr. Marston gefunden hat. Zumindest einige gute Nachrichten. Ja. So, da ist die Sadie. Oh, sie hat keine Verwandtschaft und nix her. Oh, okay, das ist natürlich blöd. Wen haben wir da? Na dann. Und hier die Susan. Ah ja, aber du hast geschossen, ne? Die Tilly. Sind, äh, einige Mädels hier, ne? Das ist, äh, auffällig. Ist die Karen, die wollte den Whisky. Hey, Ken. I'm glad you boys made it back all right. We was worried. Yeah. Hopefully we can get out of this hellhole soon. Und der Reverend. I ain't sure the answers we need are in that book, Reverend. Oh, they are, Mr. Morgan. Well, we have food now. So, someone's looking down on us. Na dann. Oh. Immer dieser, dieser Übergang. Okay. Dann haben wir hier noch. Ja, eine ziemlich verfallene Hütte. Scheint hier richtig, richtig lange schon stillzustehen, die ganze Nummer. mit dem Bergbau. Aha. Ja, da ist aber nicht, nicht mehr wirklich was zu holen. Steinhaus. Oh. Friedhof, ne? Das ist wahrscheinlich so eine kleine Kapelle gewesen. Ja. Da ist auch nicht wirklich was. Ne, ich schau bloß, ob man hier noch irgendwas einstecken kann. Hier diese kaputten. Transportkarren. Das ist auch nicht mehr wirklich was. Ne. Naja, das wäre wahrscheinlich eh alles schon eingesteckt worden. Hier ist auch nichts mehr, oder? Ne. Nein. Schade, schade. Na gut. Dann war's das wohl. Und sagen wir dem guten Dutch mal, dass wir was zu essen haben. Ja. Eine andere Sache. Wenn du eine Chance hast, senden jemanden nach der Straße zurück in die Farmhaus. Okay. Warum? Das poor woman's husband braucht Baran. Natürlich. Und... ist es safe down da? Ja. Just send someone sensible. Entstanden. All right. Good call, Dutch. Is the least we can do for the poor woman. I say, Mike, you should do it, but... that ain't a good idea. Hä? Ach so, ja. Hey Moldi. There's a bunch of folks in the other building, if you want some company. Dutch is all the company I need. Okay then. Ach, sie ist die... Ah, okay. Die zwei haben also was miteinander. Good, good. Ja, dann will ich dich nicht weiter stören, ne? Mhm. Ja, dann schick mal jemanden, ne? Gut. Hat er jetzt irgendwas ins Tagebuch geschrieben eigentlich? Moment. Äh... Jot. Ne, hat er nicht. Es gibt nichts Neues. Okay. Gut. Was ist das eigentlich für ein Symbol hier? Auf der Karte unten links? Ah, Schubladen schließen. Ja, machen wir doch. Mal wieder zu die Dinger hier, so. Sagt es einfach bloß, hier ist unser... Unser Lager. Und fertig. Genau. Mit dem Stiefel zumahrendes Ding. Okay. Na gut. Ach. Ja. Kleiner Sehtest. Ja, dann werden wir uns... Die Mission hier mal anschauen. Die nächste. Aber... Das werden wir erst... Beim nächsten Mal machen, gell? Javier, so schaut es aus. Jawoll. Beim nächsten Mal. Wenn es weiter geht. Bei Red Dead Redemption 2. Vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's das gut. Und Servus.